Machte man die Bifo, also die Bibelforscher, auf Widersprüche in ihrer Lehre in der Bibel aufmerksam, so erklärten sie einfach, die sähe man eben nur mit den menschlichen Augen. Bei Jehova gäbe es keine Widersprüche, er und seine Lehre seien unfehlbar. Bei vielen Gelegenheiten wiesen Himmler sowie Eicke immer wieder auf diesen gläubigen Fanatismus der Bibelforscher hin, als Vorbild. Genauso fanatisch, so unerschütterlich, wie der Bibelforscher an Jehova glaubte, genauso müsse der SS-Mann an die Idee des Nationalsozialismus, an Adolf Hitler glauben. SS-Obersturmbannführer Rudolf Höss war Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz und mir ist seine Autobiografie in die Hände gefallen. Ist schon länger her, ein Dreivierteljahr ungefähr, ich meine, es war letzten Sommer. Und einfach in so einem Büchertauschrank, ich wohne ja in der Großstadt, da gibt es einige Büchertauschränke, wo ich öfter mal reinschaue und dachte mir, sehr spannend, werde ich mir mal durchlesen. Ich möchte gar kein Buch vorstellen, sondern einige Inhalte dieses Buches aufbereiten und mitteilen. Ich hatte mal einen Englischdozenten an der Hochschule, der gesagt hat, wenn du ein Buch gelesen hast und es hat dich nicht verändert, dann war es kein gutes Buch. Und ich muss sagen, das ist eines der Bücher, die mich so sehr ins Nachdenken gebracht haben, die auch meine Perspektive über das Menschsein einfach ein bisschen geschärft hat. Es hat mich sehr fasziniert, dieses Buch, und ich habe mir diverse Passagen angestrichen. Ich sage schon mal vorweg, warum ist es besonders interessant, in diesem Zusammenhang zumindest. Er schreibt einiges über seine Begegnungen mit Zeugen Jehovas im KZ. Das wird der Hauptteil sein, wo ich gerne eine kleine Einführung geben möchte, was er denn da so schreibt. Denn das ist es wert, dass man sich das mal anhört, was schreibt der KZ-Kommandant über die inhaftierten Zeugen Jehovas. Und diese Autobiografie stellt auch den Versuch dar, seine Sicht der Dinge darzulegen. Und ich habe gelesen, dass viele die Gedanken von Rudolf Höss irgendwie abwegig, abartig, was auch immer finden. Aber beim Lesen des Buches ist mir aufgefallen, ich kann nachvollziehen, was er schreibt. Und er schreibt mehrmals, er ist da einfach reingeraten. Was hätte er denn tun sollen? Hätte er jemals einen Befehl verweigert, dann wäre er hingerichtet worden. Und er hat sich halt dafür entschieden, einfach die Befehle zu befolgen und weiterzuleben. Aber dazu dann gleich ein bisschen mehr in den Originalzitaten. Das heißt nicht, dass er unschuldig war oder dass er in irgendeiner Art und Weise was entschuldigt. Aber es ist interessant, es macht diesen Menschen ein bisschen greifbarer. Er war zum Beispiel ein sehr familienlieber und tierlieber Mensch und schreibt auch, dass es für ihn indiskutabel war, Juden oder Zwangsarbeiter, die bei ihm zu Hause gearbeitet haben, irgendwie schlecht zu behandeln. Das war ihm sehr wichtig, den Menschen gegenüber Respekt zu zollen. Das ist ja sehr erstaunlich für jemanden, der dann doch mittel und unmittelbar für die Ermordung von so vielen Menschen verantwortlich ist. Ja, kurz ein paar kleine Sätze zu den Zeugen Jehovas während der Zeit des Nationalsozialismus. Die Zeugen Jehovas waren die einzige Religionsgemeinschaft, die geschlossen gewissermaßen ins Konzentrationslager gegangen sind. Es sind nicht alle Zeugen Jehovas ins KZ gekommen, aber verhältnismäßig viele. Und sie hatten auch hohe Todeszahlen bedauerlicherweise zu beklagen. Die Zeugen Jehovas hatten im Konzentrationslager ein eigenes Abzeichen, den sogenannten lila Winkel. Es gab also Winkel, je nachdem, was man für ein Häftling war. Es gab einen extra Winkel für politische Häftlinge, einen extra Winkel für Juden, den Judenstern, und weitere Winkel, zum Beispiel auch Homosexuelle, die deswegen inhaftiert waren. Und die Zeugen Jehovas hatten den violetten Winkel, den lila Winkel, und wurden nicht als Zeugen Jehovas, sondern als Bibelforscher geführt, weil Bibelforscher nannten sie ihrer Religion früher. Die Umbenennung ist erst in der Zeit des Naziregimes erfolgt, und eben die Nazis haben noch ihren alten Namen verwendet. Ja, da die Nazis Pragmatiker waren, haben sie auch andere Christen, die eigentlich gar keine Bibelforscher waren, auch diverse Male einfach den lila Winkel angeheftet, weil sie gesagt haben, ja, irgendwie so Bibelspinner ist ja das Gleiche. Hier kriegt auch den lila Winkel. Es gibt Splittergruppen von den Zeugen Jehovas, die haben auch den lila Winkel bekommen, die haben sich teilweise ja auch noch Bibelforscher oder ähnlich genannt, nachdem sich die Zeugen Jehovas von ihnen abgespaltet haben, oder sie sich von den Zeugen Jehovas abgespaltet haben. Ja, so viel zum Hintergrund. Ich empfehle vielleicht einfach mal, den Wikipedia-Artikel dazu zu lesen. Das ist, ja, ein wichtiges Kapitel der Geschichte, das mal aufzuarbeiten, auch wie sich Kören und Freikören in Deutschland während des Dritten Reiches verhalten haben. Es gab nämlich halt nicht nur Dietrich Bonhoeffers oder Wilhelm Busches. Bonhoeffer ist auch hingerichtet worden im KZ als evangelischer Theologe, und Wilhelm Busch war diverse Male inhaftiert von den Nazis eben für seine klare bibeltreue Verkündigung. Es gab auch viel beschämendes Verhalten unter Christen. Ich möchte gar nicht so viel mehr dazu sagen. Ich will einfach das Buch sprechen lassen. Wenn ich es noch irgendwo erhältlich finde, werde ich es auch im Video verlinken, unter dem Video verlinken. Hier herausgegeben ist es von DTV, das heißt Kommandant in Auschwitz, autobiografische Aufzeichnungen des Rudolf Höss, herausgegeben von Martin Brostsat. Und hieraus jetzt einige, wie ich finde, sehr spannende Zitate, die sich besonders um die Begegnungen von Rudolf Höss mit den Zeugen Jehovas im Konzentrationslager drehen. Nun waren in Sachsenhausen zahlreiche Bibelforscher. Eine ganze Anzahl davon verweigerte den Wehrdienst und wurde daher vom Reichsführer SS als Kriegsdienstverweigerer zum Tode verurteilt. Sie wurden vor dem Gesamt antretenden Häftlingen im Schutzhaftlager erschossen. Die Bibelforscher mussten im vordersten Glied zusehen. Ich habe schon viele religiöse Fanatiker kennengelernt an den Wallfahrtsstädten, in den Klöstern, in Palästina, an der Hetscherspan, im Irak, in Armenien, Katholiken, Römische und Orthodoxe, Moslems, Schiiden und Sunniten. Aber die Bibelforscher in Sachsenhausen und besonders zwei darunter übertrafen alles bisher Erlebte. Diese zwei besonders fanatischen Bibelforscher verweigerten alles, was nur irgendwie mit militärischen Dingen zu tun hatte. Sie standen nicht still, also sie nahmen nicht die Absätze zusammen, legten die Hände nicht an die Hosennaht, nahmen die Mütze nicht ab. Sie sagten, diese Ehrenbezeugung gebühre nur Jehova, aber nicht den Menschen. Es gäbe für sie keine Vorgesetzten, sie würden nur Jehova als einzigen Vorgesetzten anerkennen. Man müsste die beiden aus dem Block der Bibelforscher entfernen und im Zellenbau verwahren, da sie die anderen Bibelforscher auch fortgesetzt zu ähnlichen Verhalten aufforderten. Eike hat sie mehrere Male zu Prügelstrafen verurteilt wegen ihres disziplinwidrigen Verhaltens. Sie ließen die Prügelstrafe mit einer Inbrunst über sich ergehen, dass man beinahe annehmen konnte, sie seien pervers veranlagt. Sie baten den Kommandanten um weitere Strafen, um so besser für ihre Idee für Jehova zeugen zu können. Nach ihrer Wehrdienstmusterung, die sie, wie nicht anders zu erwarten war, ganz und gar verweigerten, sie verweigerten sogar jegliche Unterschrift unter ein militärisches Papier, wurden sie durch den Reichsführer SS ebenfalls zum Tode verurteilt. Als ihnen dies im Arrest eröffnet wurde, gerieten sie außer Rand und Bann vor Freude und Verzückung, sie konnten gar nicht abwarten, bis die Zeit der Exekution heran war. Immer wieder rangen sie die Hände, schauten verzückt nach oben und riefen ununterbrochen, bald sind wir bei Jehova, welch ein Glück, dass wir dazu außerwählt sind. Sie hatten schon einige Tage vorher einer Exekution ihrer Glaubensbrüder beigewohnt, wo sie kaum zu halten waren. Sie wollten immerzu ebenfalls erschossen werden. Diese Besessenheit war kaum mehr anzusehen. Gewaltsam mussten sie nach dem Arrest gebracht werden. Nun zu ihrer Exekution liefen sie beinahe im Trab. Sie wollten auf keinen Fall gefesselt sein, um ja die Hände zu Jehova erheben zu können. Mit einer Verklärung und Verzückung standen sie vor der Holzwand des Kugelfangs, die nichts mehr Menschliches an sich hatte. So stellte ich mir die ersten christlichen Märtyrer vor, wie sie in der Arena auf das Zerrissenwerden durch wilde Bestien warteten. Mit völlig verklärtem Gesicht die Augen nach oben gerichtet, die Hände zum Gebet gefaltet und erhoben, gingen sie in den Tod. Alle, die dies sterben sahen, waren ergriffen, selbst das Exekutionskommando war benommen. Die Bibelforscher wurden durch den Märtyrer-Tod ihrer Glaubensbrüder noch besessener in ihrem Glauben als Zeugen Jehovas. Mehrere, die schon den Revers, dass sie sich nicht mehr werbend für ihren Glauben einsetzen würden, der ihnen zur Freiheit verhalf, unterschrieben hatten, nahmen dies wieder zurück. Sie wollten gerne weiter für Jehova leiden. An und für sich waren die Bibelforscher im gewöhnlichen Leben ruhige, fleißige und umgängliche, stets hilfsbereite Menschen, Männer sowie Frauen. Meist waren es Handwerker, auch viele Bauern in Ostpreußen. Solange sie in Friedenszeiten sich auf ihre Gebetsübungen, ihre Gottesdienste und Geschwisterzusammenkünfte beschränkten, waren sie für den Staat ungefährlich und harmlos. Als aber ab 1937 die vermehrte Werbung dieser Sekte spürbar wurde, spürte man doch mehr nach, fing Funktionäre ab, die den Beweis erbrachten, dass von Feinzeite bewusst an der Verbreitung der Idee der Bibelforscher Eifricks gearbeitet wurde, um so von der religiösen Seite her den Wehrwillen des Volkes zu untergraben. Bei Kriegsbeginn zeigte sich dann auch, welche Gefahr heraufbeschworen worden wäre, wenn man nicht ab 1937 die aktivsten Funktionäre und die fanatischsten Bibelforscher festgesetzt hätte und so der Werbung für die Zeugenschaft Jehovas Einhalt geboten hätte. Im Lager waren die Bibelforscher fleißige, zuverlässige Arbeiter, die man auch ohne Posten hätte rausschicken können. Sie wollten ja für Jehova die Gefangenschaft erdulden. Nur lehnten sie alles, was mit Militär, dem Krieg, irgendetwas zu tun hatte, strengstens ab. So verweigerten zum Beispiel Bibelforscherinnen in Ravensbrück das Wickeln von Verbandpäckchen für die erste Hilfe. Fanatikerinnen verweigerten das Antreten zum Appell, nur im ungeordneten Haufen ließen sie sich zählen. Wohl waren die inhaftierten Bibelforscher Mitglieder der Internationalen Bibelforschervereinigung. Doch über die Organisation ihrer Vereinigung wussten sie wirklich nichts. Es waren ihnen gerade die Funktionäre bekannt, die ihnen die Schriften verteilten, die die Versammlungen, die die Bibelstunden abhielten. Sie hatten keine Ahnung, zu welch politischen Zwecken ihre fanatische Gläubigkeit benutzt wurde. Wenn man ihnen dies vorhielt, lachten sie darüber, das konnten sie nicht verstehen. Sie hatten lediglich dem Ruf Jehovas zu folgen und ihm treu zu sein. Jehova sprach zu ihnen in Eingebungen, in Gesichtern, durch die Bibel, wenn man sie richtig las, durch die Prediger und die Schriften ihrer Vereinigung. Das war alles lautere Wahrheit, an der es nichts zu deuteln gab. Für Jehova, seine Lehre zu leiden, ja in den Tod zu gehen, galt ihnen als begehrenswert. Sie glaubten eben dadurch erst zu außerwählten Zeugen Jehovas emporzusteigen. So sahen sie auch die Gefangenschaft, die Haft im Konzentrationslager. Willig nahmen sie alle Unzuträglichkeiten auf sich. Rührend waren sie in geschwisterlicher Nächstenliebe untereinander besorgt und halfen sich, wo es nur irgend möglich war. Doch kamen zahlreiche Fälle vor, wo Bibelforscher sich freiwillig zum Abspüren meldeten. So wurde dieser Vorgang von der Bifo bezeichnet. Sie unterschrieben einen Revers, worin sie sich von der Internationalen Bibelforschervereinigung lossagten, worin sie sich verpflichteten, alle Gesetze und Anordnungen des Staates anzuerkennen und zu erfüllen und worin sie erklärten, dass sie keine neuen Zeugen für Jehova werben wollten. Aufgrund dieser Absage von der IBV wurde diese Bifo nach geraumer Zeit in späteren Jahren sofort entlassen. Ursprünglich wollte der Reichsführer SS durch das Weiterverbleiben in Haft nach dem Unterschreiben sich vergewissern, ob die Lossage echt und überzeugt geschehen sei. Den Abtrünnigen wurde von ihren Geschwistern böse zugesetzt, ob ihres Abfalls von Jehova. Und manche, besonders Frauen, haben aus Gewissensbissen die Unterschrift wieder zurückgezogen. Der fortdauernde moralische Druck war zu stark. Die Bibelforscher in ihrem Glauben zu erschüttern, war gänzlich unmöglich. Durch die sogenannten Abtrünnigen wollte Jehova unbedingt die Treue halten, auch wenn sie sich von der Glaubensgemeinschaft lossagten. Machte man die Bifo, also die Bibelforscher, auf Widersprüche in ihrer Lehre, in der Bibel aufmerksam, so erklärten sie einfach, die sähe man eben nur mit den menschlichen Augen. Bei Jehova gäbe es keine Widersprüche. Er und seine Lehre seien unfehlbar. Bei vielen Gelegenheiten wiesen Himmler sowie Eicke immer wieder auf diesen gläubigen Fanatismus der Bibelforscher hin, als Vorbild. Genauso fanatisch, so unerschütterlich, wie der Bibelforscher an Jehova glaubte, genauso müsse der SS-Mann an die Idee des Nationalsozialismus, an Adolf Hitler glauben. Erst wenn alle SS-Männer solche gläubigen Fanatiker ihrer Weltanschauung geworden wären, wäre der Staat Adolf Hitlers auf Dauer gesichert. Nur durch Fanatiker, die gewillt sind, ihr Ich ganz aufzugeben, für die Idee, könne eine Weltanschauung getragen und auf die Dauer gehalten werden. Ich muss noch einmal auf die Exekution bei Kriegsbeginn in Sachsenhausen zurückkommen. Wie verschieden war doch das in den Tod gehen, die Bibelforscher in einer eigenartigen, zufriedenen, man kann sagen, verklärten Stimmung, in dem felsenfesten Bewusstsein nun in das Reich Jehovas eingehen zu dürfen. Die Kriegsdienstverweigerer und Saboteure aus politischer Überzeugung, fest, gefasst und ruhig, sich in das Unabänderliche ihr Schicksal fügend. Die Berufsverbrecher, die wirklich asozialen, entweder zynisch frech, gemacht, forsch auftretend, aber innerlich doch zitternd vor dem großen Ungewissen oder tobend, sich wehrend oder auch jammernd nach geistlichem Beistand. Ja, bevor ich weiterlese, kurz zur Frage, warum wurden Jehovas Zeugen überhaupt verfolgt? Alles fing an mit der vehementen Kriegsdienstverweigerung und dem Verweigern des Hitlergrußes sowie der politischen Neutralität und aufgrund dieser drei Dinge die sicher für jeden Christen gut gewesen wären. In dieser Zeit gab es zahlreiche KZ-Inhaftierungen und viele, viele Tote bedauerlicherweise. Ja, einige Abschnitte später schreibt er nochmal. Das hat jetzt nichts mit den Zeugen Jehovas zu tun, so eine allgemeine Beobachtung, die Rudolf Hösse über Menschen, die kurz vor dem Tod stehen, gemacht hat. Ich lese mal den ganzen Absatz vor. Ein mehrfach vorbestrafter Sittlichkeitsverbrecher hat in Berlin ein achtjähriges Mädchen in einem Hausflur gelockt und dort vergewaltigt und dabei erwürgt. Vom Gericht wurde er zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Am selben Tage wurde er noch nach Sachsenhausen zur Exekution gebracht. Ich sehe ihn heute noch aus dem Wagen steigen, steigen beim Eingang zum Industriefriedhof, zynisch grinsend, ein wüst aussehender, verkommener, älterer Kerl, der typische A-Soziale. Bei diesen Berufsverbrechern hatte der Reichsführer SS keine Frist befohlen. Als ich ihm seine Erscheinung eröffnete, wurde er ganz gelbblass und fing an zu heulen und zu jammern und zu toben. Dann schrie er nach Begnadigung ein widerliches Bild. Auch ihn musste ich an den Pfahl fesseln lassen. Ob diese amoralischen Angst vor dem Jenseits haben? Anders kann ich mir ihr Verhalten nicht erklären. Über inhaftierte Frauen schreibt Rudolf Höss relativ viel. Er schreibt in diesem Zusammenhang auch über inhaftierte weibliche Zeugen Jehovas. Ich zitiere. Ein erfreulicher Gegensatz waren die Bibelforscherinnen, Bibelbienen oder Bibelwürmer genannt. Leider waren es zu wenige. Trotz ihrer mehr oder weniger fanatischen Einstellung waren sie sehr begehrt. Sie waren in den kinderreichen Haushalten der SS-Familien, im Haus der Waffen-SS, ja sogar im Führerheim, zur Bedienung und hauptsächlich in der Landwirtschaft tätig. So waren sie in der Geflügelzucht, Harmensee und auf den verschiedenen Gutshöfen beschäftigt. Man brauchte für sie keine Aufsicht, keine Posten, sie verrichteten fleißig und willig ihre Arbeit, denn dies war ja Jehovas Gebot. Zumeist waren es ältere deutsche Frauen, doch waren auch eine Reihe jüngere Holländerinnen vertreten. Ich hatte zwei ältere Frauen über drei Jahre lang im Haushalt. Meine Frau sagte oft, sie selbst könne nicht besser um alles besorgt sein als die beiden Frauen. Besonders rührend waren sie um die Kinder besorgt, um alle, die Großen wie die Kleinen. Diese hingen auch an ihnen, als wenn sie zur Familie gehörten. In der ersten Zeit befürchteten wir, dass sie die Kleinen für Jehova retten wollten. Aber nein, das taten sie nicht. Nie haben sie in religiösen Dingen zu den Kindern gesprochen. Dies war eigentlich verwunderlich bei ihrer fanatischen Einstellung. Es gab auch wunderliche Geschöpfe darunter. Eine war bei einem SS-Führer, die machte alles, was sie nur von den Augen ablesen konnte, aber sie weigerte sich grundsätzlich, die Uniformen, Mütze, Stiefel, alles, was mit dem militärischen Zusammenhang zu säubern. Ja, sie rührte sie nicht einmal an. Doch im Ganzen gesehen waren sie zufrieden mit ihrem Los. Durch ihr Leiden in der Gefangenschaft für Jehova hofften sie auf eine gute Stelle in seinem bald zu erwartenden Reich. Eigenartigerweise waren sie alle davon überzeugt, dass die Juden nun gerechterweise zu leiden und zu sterben hätten, weil ihre Vorväter einst Jehova verrieten. Ich habe die Bibelforscher immer für arme Irre gehalten, die aber doch in ihrer Art glücklich waren. Ja, weiter im Buch findet man einen interessanten Abschnitt, wie Rudolf Höss zur Judenvernichtung eingestellt war. Den fand ich extrem interessant und deswegen möchte ich ihn vorlesen. Heute sehe ich auch ein, dass die Judenvernichtung falsch, Grund falsch war. Gerade durch diese Massenvernichtung hat sich Deutschland den Hass der ganzen Welt zugezogen. Dem Antisemitismus war damit gar nicht gedient. Im Gegenteil, das Judentum ist dadurch seinem Endziel viel näher gekommen. Der RSHA war ja nur die Exekutive, der verlängerte Polizeiarm Himmlers. RSHA und KL waren ja nur die Durchführungsorgane des himmlerischen Wollens bzw. der Absichten Adolf Hitlers. Wie es zu den Gräueln in den Konzentrationslagern kommen konnte, habe ich zur Genüge im Vorhergehenden und bei den Personenbeschreibungen dargelegt. Ich für meine Person habe sie nie gebilligt. Ich selbst habe nie einen Häftling misshandelt oder gar getötet. Ich habe auch nie Misshandlungen von Seiten meiner Untergebenen geduldet. Wenn ich jetzt im Laufe der Untersuchungen hören muss, welche ungeheuerliche Quälereien in Auschwitz und auch in anderen Lagern vorgekommen sind, so überläuft es mich kalt. Wohl wusste ich, dass in Auschwitz Häftlinge von der SS, von Zivilangestellten und nicht zum wenigsten von ihren eigenen Mithäftlingen misshandelt wurden. Ich bin dagegen angegangen mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung standen. Ich konnte es nicht unterbinden, genauso wenig wie dies anderen Lagerkommandanten gelang, die derselben Anschauung wie ich an viel kleineren und übersichtlicheren Lagern es ebenso ergebnislos versuchten. Gegen die Bösartigkeit, Schlechtigkeit und Grausamkeit der einzelnen Bewacher kann man nicht aufkommen. Es sei denn, dass man sie fortgesetzt unter Augen hat. Ja, soweit interessant, dass er als Kommandant von Auschwitz, der die Hauptverantwortung für dieses Konzentrationslager über viele Jahre hatte, sich die Realität so hinbiegt, würde ich es mal beschreiben. Weiter geht's. Zwei weitere spannende Abschnitte. Das Zerbrechen der Giftfiole vor der Verhaftung. Überall hat mich das Schicksal vor dem Tod bewahrt, um mich jetzt so schändlich umzubringen. Wie beneide ich meine Kameraden, die einen ehrlichen Soldatentod sterben durften? Ich war unbewusst ein Rat in der großen Vernichtungsmaschinerie des Dritten Reiches geworden. Die Maschine ist zerschlagen, der Motor untergegangen und ich muss mit. Die Welt verlangt es. Im übernächsten Abschnitt heißt es weiter, mag die Öffentlichkeit, ruhig weiter in mir die blutdürstige Bestie, den grausamen Sadisten, den Millionen Mörder sehen, denn anders kann sich die breite Masse den Kommandanten von Auschwitz gar nicht vorstellen. Sie würde doch nie verstehen, dass der auch ein Herz hatte, dass er nicht schlecht war. Ja, als Christ erinnert mich das natürlich unweigerlich daran, dass wir Menschen einen Tick in uns drin haben. Wir sind nie die Schlechtersten. Es gibt ich, ich bin gar kein schlechter Mensch, weil irgendjemand gibt es noch, der schlechte ist. Der Mörder, der ist der schlechte Mensch und jemand, der gemordet hat, der sagt, ich, ja, ich habe doch aus diesen Gründen gemordet, was ist mit denen, die ohne Gründe gemordet haben. Also immer, wie man so sagt, Gnade für mich, Gerechtigkeit für dich und das sieht man halt auch in dem, was er schreibt. Er schreibt ja quasi in anderen Worten, jeder sieht mich jetzt als abscheuliche Bestie, aber im Endeffekt war ich doch ein ganz normaler Typ und eigentlich gar kein schlechter Mensch, wenn man mal meine Gedanken liest und nachvollzieht, warum ich das alles so getan habe. Ja, die Bibel lehrt, wir sind völlig getrennt von Gott, völlig verdorben in Sünde und wir brauchen Jesus Christus, wir brauchen das Kreuz, wir brauchen die Erlösung von Gott, um die Dinge richtig zu stellen zwischen Gott und uns. Es gibt nichts, was uns retten kann, kein eigenes Werk, keine eigene Anstrengung, kein Lebenswandel. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du fandest diese Passagen genauso spannend und interessant wie ich. Ich glaube, sie sind sehr nützlich, um den Blick zu schärfen, um einfach mal zu reflektieren und das, was damals geschah, sollte nicht verdrängt und auch nicht vergessen werden, sondern wir sollten es betrachten und nach der Bedeutung dieser Dinge fragen, auch die Bedeutung für unser Leben, für unser Verhalten, auch die Bedeutung für die Chörengeschichte, das heißt, das Verhalten von christlichen Chören und Gemeinden im Laufe der Jahrhunderte und was es uns sagt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal.